Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remastered. Wir sind letztes Mal auf der Beesade-Insel angekommen. Und wir haben mit diesem netten Kerl hier, Rockarge, kennengelernt. Ich bin auch schon füber, um Verzeihung, dass es bei mir im Hintergrund ein bisschen deutlich sein könnte. Bei mir hat es gerade angefangen zu gewettern. Okay, wow. Wow. Das sieht echt beeindruckend aus. Irgendwie... Das ruckelt hier ein bisschen sehr. Oder gucken wir das mal so vor. Ich mach mal ganz kurz einen Cut und schau mal nach, ob da irgendwas noch ist. Nicht nur. Ja, ich fress den runter auf 49 FPS. Ich hab FPS schon angucken. Ich schau mal nach wo es kommt. So, da bin ich wieder. Es sollte jetzt mal was besser laufen. Okay, das liegt dann echt am Gebiet hier gerade. Wahrscheinlich weil hier so viel Wasser ist. Okay. Ganz wichtig hier im Wasser. Es gibt hier ein paar Tunnel zu sammeln. Und es gibt random Encounter. Das ist aber alles kein Thema. Denn Tedros und Walker schaffen da so Probleme. Jawoll, greift. Komm, der letzte Greifer. Och man, du bist doch... Jawoll. Top. Weil jetzt... ...können wir unsere Ekstase benutzen. Schwert, ey. Saltoheep. Jawoll. Zack. Vernichten. Das heißt, doppelte AP sind klar. Oh ja, das ist sehr schön. Schöne, schöne AP. Vernichten. Ne, nicht vernichten. Da müssen wir wohl noch trainieren, bis wir vorwärts sind. Du, 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 du. Und wir bekommen, ja, doppelte Items. Sehr schön. Ah, ich glaube, es hat sich mittlerweile was reguliert. Oh, die Truhen sind jetzt besser sichtbar. Eine Phönix-Feder. Sehr schön. Äh... Schon wieder ein Interhalt. Okay. Vielleicht mal schauen, ob ich noch ein Sphero-Level durchfisch habe. Vielleicht bin ich gerade gar nicht richtig sicher. Aber für die schaffen wir das auch mal ohne ein Sphero-Level einzusetzen. Komm. Jawoll, sogar noch mit dem Kred vernichtet. Dö, 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 dö. Oh ja, wir haben sogar noch ein Sphero-Level. Das setzen wir doch mal schnell ein. Einmal bewegen. Benutzen einen Kras-Sheriot für mehr Abwehrkraft und einmal einen Zeits-Sheriot. Okay, wo kann man noch? Ne, der hat keins. Ja. Dann geht die Reise weiter unter Wasser. Oh, ich finde, das sieht unter Wasser hier richtig cool aus. Alter. Gibt's denn hier nur Hinterhalter? Oh, ich glaub... Okay. Oder sie treffen nicht. Okay. Angriff. Was hat ein Rock of a Text? Oh, der hat den Blind-Tieb schon. Okay. Brauchen wir aber erstmal noch nicht. Na? Ich sagte, da brauchen wir noch nicht. Blind-Team kann ich später mal dazu kommen, was das ist. Aber wir kriegen später eh noch ein richtiges Kampf-Tutorial. Okay. Also, da müssen wir noch nicht großartiges zu erklären. Bisher sind wir noch ziemlich einfach. Bisher sind die Kämpfe ja noch ziemlich einfach. Easy going, sagst du? Oh, hier kriegen wir am Anfang richtig schöne Items Aber ich verwende mal kurz hier Zwei Potions, das sollte schon reichen Alter, wie das draußen bei mir am Donnern ist Ist das schlimmer, als wenn Hier der Himmel runterfällt, während du Gerade auf der Schüssel bist und, äh, bitte was Okay, ich schnaufe Und dann Hinterhalt Oh, 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 oh Die Chance müssen wir nutzen Dann einmal weg damit Ja, die wollen noch angreifen, ist klar Aber damit sind die jetzt erledigt Oh, schöner Crit Und eine neue Sphäre in der Welt Man kann es so machen, dass man die Sphäre-Level immer Direkt hintereinander einsetzt Mach ich eigentlich Auch sonst immer Ach, weißt du was, das geht ja eigentlich schnell Sphäre über Tidos Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben Ob ihr das jetzt, äh, sehen wollt oder nicht Oder ob ich das anders machen soll Könnt ihr mir gerne schreiben Ich würde jetzt erstmal so dabei bleiben, dass ich das immer von Summe mache Oder, wisst ihr was, wir machen? So, ich spate mir immer 3 Sphäre-Level auf und die setze ich dann ein Also wenn ein Charakter 3 Sphäre-Level hat Das ist doch eine gute Idee, oder? Es wird auch natürlich immer mal so Level Äh, so Passagen geben, wo man so ein bisschen grinden muss Allein schon eine Stelle kenne ich noch Ziemlich auswendig Da werde ich auf jeden Fall grinden Weil das einfach eine der besten Stellen ist zum Grinden Ja Ach, keine Präventivschlag oder so Aber die greifen zuerst dann Okay Na gut, dann greif du mal die an Und du den hier Dann klappt das auch mit der Ehefrau Einmal zackig Und schlitz und buß Ja, das war's dann schon Also ich frage mich schon ganz ehrlich Wenn die Kämpfe hier wieder so ein bisschen taktischer Natur werden Oh, haben wir's geschafft? Ähm Ja, dann kann ich's vormachen Walker Or machen wir's Major Blitz Tournament Coming up All the teams since spirit I'll be there It's so huge I'm sure someone there will recognize you Then You can't go back to your old team, right? It'll be fun What do you say, já? Come on Come on Hmm An sich ist es ja eine gute Idee, wir kennen hier keinen. Es ist an sich ja eine gute Idee, es ist... Oh, ich hab auch noch. Ja, Unrecht hat er dann nicht, das muss man ihm lassen. Wo sind wir? Hier. Ja. Oh. So, nach dem letzten Jahrhundert, ich verabschiede. Die Zeit sieht gut aus. So, nach dem Verabschieden, ich habe diese neue Arbeit, ja? Aber jederzeit, meine Meinung nach, habe ich gedacht, über das Spiel. 10 Jahre ohne einen gewinnen, kann das tun. Mein erstes Spiel im letzten Jahrhundert war meine große Chance. Aber etwas anderes war in meiner Meinung, ich konnte mich nicht fokussieren. Nice excuse. Hey, hey! So, du willst in den nächsten Tournament, gehen mit einem BANG. So, was ist unser Ziel? Ich bin nicht egal, wie wir tun. As lange, wenn wir unser Bestes spielen. Wenn wir es unser Leben geben, kann ich glücklich gehen. Nein, 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 nein. Wenn ich sage, was ist unser Ziel? Oh, du sagst, Victory! Wenn du in einem Blitzball-Tournament spielst, spielst du, um zu gewinnen. Victory? Du bist wirklich? Mit der richtigen Einstellung kann man alles gewinnen. Und das, was er in den Taktik ist, ist bestimmt nicht die richtige Einstellung. Also so ein bisschen Motivation zeigen, dann klappt das schon. Ja, da hat er nichts davon recht. Luzu und Gata, Crusaders. Huh? Cruze von was? Was? Du vergessen hast auch das? Hey, sorry. Nicht so, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Cool. In return, in der Zeit der Tournament, werde ich sicher, dass wir den Kopf nehmen. Cool. About the Crusaders, du kannst sie selbst fragen. Sie haben eine Lodge in der Stadt. Okay. Dann können wir jetzt gleich mal mit der Bürgerwehr reden. Okay. Okay. Äh, was? Äh, was? Ist mir entfallen... I didn't know it in the first place. To tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. Alright, I'll show you. Hm. Ach, das ist dieser komische Kurs vom Anfang von den Kiddies. Go ahead, you try. Hm. Hm. Hey, not bad. Ja, sehr schön. Okay, now go present yourself to the Temple Summoner. Any Blitzball-Player would know that prayer. It was the Blitzball-Sign for victory. Also sollen wir den Media im Tempel treffen? Wir schauen uns erstmal ein bisschen hier in Omen, Bethsaid. Na? Man sagt, du seist doch zum Meer gekommen. Lutz hat's mir erzählt. Ist ja jetzt eine Bekleidung. Woher kommst du? Du bist neu hier in Bethsaid, oder? Ja, leider. Und du? Papa, spiel ich gar nicht mehr mit mir. Okay. Oh, eine Truhe. Eine Phönix-Feder. Es gibt so ein paar Sachen, die man hier erledigen sollte. Okay, hier kann man kaufen. Aber eine Potion für nix, jeder Antidot. Brauchen wir alles nicht. Während sie uns wieder. Okay. Ich suche eigentlich etwas Bestimmtes. Oh. Na? Unser Dorf wurde schon endlich hier mal von Sim heingesucht. Diese Bude wurde seit dem letzten Mal nicht mehr repariert. Dann nehmen wir mal alles mit, was hier ist, wenn sich repariert wird. Zwei Potions. Eine High-Potion. Und Vier hat Geld. Haben oder nicht haben. Ja, noch so ein bisschen das ganze Pieners. Schauen wir mal, wie der Bürger wäre vorbei. Hey, du. Du warst bei Sin, nicht wahr? Recently, war es? Ich denke so. Also, Sin kann nicht weit weg, nicht wahr? Du bist nicht schüttet, was du? Warum würde ich? Wenn Sin ist neben dem, wird es sicher attackiert die Isle. Aber es hat nicht. Ich frage mich, warum. Ich bin sorry. Ich weiß wirklich nichts. Ich weiß nichts. Für die Wahrheit, ich weiß gar nicht, was die Krusaders sind. Du bist schuldig, richtig? Sin, der Toxin. Ich muss ihm sagen, wer wir sind. Ja, Herr. Die Krusaders sind besagt, um zu kämpfen Sin. Wir haben Kapitel über Spira, akzeptieren alle, die wir mit uns zusammenstehen in unserer Herausforderung. Der Hero Miehen hat die Krusaders gegründet, 800 Jahre vor, als die Krämsen Blades. Nachher, unsere Ranks grew, und wir haben uns die Krusaders gegründet. Wir haben seitdem die Krusaders gegründet. Was? Du hast gegründet 800 Jahre, und du immer noch nicht sie verletzt? Uh, 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 uh. Wir haben Sin ausgesprochen, viele Mal aus der Stadt gegründet. Und das ist alles, was wir können tun. Keine Person hat es niemals ever been able, zu verletzen. Unsere Mission als Krusaders ist, um die Tempel, die Stadt, die Kirche und die Gemeinde von Spira. So, dann, was ist der Arbeit, dass es zu verletzen Sin? Ist Sin's Toxin wirklich so gut, Herr? Es ist sehr gut. Wir können nur sagen, aber ich glaube, es ist besser für Sie, dass Sie sich so gut umzelnutzt. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Ah, okay. Das ist so ein Lexikon, gut zu wissen. Wir haben aber noch nicht alles erkundet. Hier war ja noch was. Einmal hier. Ah, hier ist Fakka. Okay. Ja, müssen wir uns hier noch was anschauen. Was sagt ihr hier so? Letzten Monat haben wir die Webereiprodukte mit seinem Schiff an Zinn verloren. Solange ich hier lebe, wird nichts an den Traditionen der Weberei rütteln. Na, können wir mit dem reden? Also, mit dem haben wir gesprochen. Diese Besaid Webereiprodukte sind von guter Qualität. Billig einkaufen und teuer weiterverkaufen. Damit könnte ich gutes Geld verdienen. Also, was wir schon erfahren haben, das ist so wirklich die Geisel dieser Welt anscheinend. Ich will mal kurz was wissen. Ich kann mich erinnern, dass hier noch irgendwas war. Oder? Nicht? Ich meine, hier war aber auch irgendwo etwas Wichtiges. Anscheinend nicht. Okay. Dann gehen wir nochmal hier in diesen Tempel rein. Vielleicht kommt das, was ich glaube, auf Esperta. Okay. Okay, das ist also der Tempel von Bissett. Was ist das für ein Lied? Ich liebe dieses Lied einfach. Es ist einfach so unglaublich geil, finde ich. Wow. Ich habe angefangen zu erfahren, wie anders diese Welt aus meiner eigenen Welt war. Okay. Okay. Wer sind diese beiden und was sind das für Statuen? Was ist das für eine Statue? Oh oh. Uh oh. Ich habe zu nahe zu Sinnen, eine Toxin. Oh. Es ist lustig, dass ich mich zu sagen machen. Es ist lustig, dass ich mich selber machen, immer wieder zu sagen. Lustig und ein bisschen schuldig. Die Summoner sind die Praktikanten von eine Heilige Kunst, die Gegenteil uns um die Menschen von Yevon zu retten. Okay, übernatürlichen Opas meinen Dank ausbrechen. Okay, hier ist nix besonderes, diese Tempel werden wir wohl noch öfter treffen, oder begegnen, hier ist auch nix, nochmal kurz hier schauen, nein, hier ist nix, hier auch nix, Menschen sind so ein bisschen fies versteckt, okay, hier ist aber nix. Dann gehen wir doch mal hier, außer da gerade darf jemand in die Hallen der Prüfung, okay, Hallen der Prüfung, dürfen wir nicht rein. Okay, dann gehen wir doch mal raus. Okay, jetzt haben wir dem Media unsere Darbietung gebracht, warte, war das hier? Mann, wo war das? Ich meine, hier war noch irgendwo etwas. Naja, das ist ja nicht so wichtig, jetzt ist erst mal Zeit, was zu essen. Ja gut, dann legen wir uns mal hin. Aber es ist schwer am Tag hinter uns. Was ist jetzt? Ich meine, hier war noch mal. Ich meine, hier war noch immer wieder. Ich meine, hier war noch so. Ich meine, hier war noch mal. Aber ich kann jetzt nicht sterben. Eine Erinnerung an seinen Vater. Oder zu verschwinden. Schauen wir mal in dem Tempel nach, da war ja gerade dieser Priester vom Tempel. Irgendwas stimmt ja wohl nicht. Da ist er ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.